Moin Moin, ich heiße Anni und ich bin eine Freiwillige bei dem Armenian Volunteer Corps. Wir arbeiten das ganze Jahr über und freuen uns sehr über jeden neuen Volunteer. Die Arbeit hier bei uns ist sehr flexibel und wird dir viel Freude bereiten. Du kannst deine Stärkung mit einbringen und vielleicht sogar neue Interesse entdecken. Das Volunteering-Konzept ist relativ neu in Armenien, deshalb sind die Möglichkeiten unendlich. Genieß unsere Landschaft, Gastfreundlichkeit und Geschichte. Schick uns deine Bewerbung und deinen Lebenslauf. Unsere Volunteers sind 21 Jahre alt oder älter und sind aus allen Teilen der Welt. Wir warten auf dich!